Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal Gaminggets.de Heute geht es mal darum, welches Intro ich denn für meine zukünftigen Videos in Zukunft, wer hätte es gedacht, benutzen soll. Ihr habt tatsächlich gemerkt, in der letzten Zeit kam mal ein neues Intro und dann wieder mein altes, dann wieder das neue, immer so ein hin und her, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Und heute in diesem Video habt ihr vier Intros zur Auswahl, unter anderem die zwei, die ihr jetzt schon kennen müsstet und zwei neue, eins ist von Myrix und eins von einem anderen Abonnenten. Beide finde ich persönlich sehr geil, alle vier sind echt sehr geil, ich kann mich einfach nicht entscheiden und da ihr ja meine Abonnenten seid und ihr ja die Hauptkonsumenten dieser Intros seid, könnt ihr das einfach mal entscheiden. Ihr findet in der Beschreibung einen Link zu einem Voting, wie immer, kennt ihr ja jetzt mittlerweile und ich werde jetzt alle vier Intros nochmal abspielen und jedes Mal findet ihr oben links den Intronamen oder beziehungsweise die Introzahl. Da wird dann stehen, Intro 1, Intro 2, Intro 3, Intro 4 und in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Voting und da steht dann auch Intro 1, Intro 3, äh Intro 2, Intro 3 und Intro 4. Und dann klickt da einfach euren Favoriten an, werdet das Ganze jetzt, heute ist zwar noch Sonntag, aber ihr werdet das Video erst Montag sehen, deshalb werde ich das auch bis Mittwoch noch laufen lassen. Und welches Intro dann die meisten Stimmen bekommen hat, das werden wir dann auch in Zukunft nutzen. Und das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe euch hat's gefallen, auch wenn's dir nichts so gefallen gibt. Und ja, stimmt auf jeden Fall mal fleißig ab, würde mich sehr freuen und haut rein. Outro 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017